Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal richtig unprofessionell. Einfach mal in meinem Bett hier, einfach mal ohne Thumb-Mail, ohne irgendwelchen Schlickschnack. Denn heute ist Donnerstag und ja, ihr seht das Video genau heute. Ich habe mir überlegt und in diesem Video geht es auch darum, dass wir mal wieder ein Fantreffen machen, beziehungsweise mehrere Fantreffen. Und so haben mich und Faith entschlossen, okay, wir holen uns ein Hotel und machen ein paar Fantreffen rund um Köln. Und mehr dazu, seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, wir sind in Köln und deswegen dachte ich mir, okay, machst du mal wieder ein Fantreffen. Und wir machen einfach zwei, drei Sachen in der Nähe von Köln, die wir erledigen müssen. Deswegen dachte ich mir, komm, wir machen da jetzt ein voll cooles Fantreffen und das freut die Zuschauer und das freut mich selber, wenn ich mal wieder ein paar Leute sehe. Und deswegen gibt es mal ein paar Infos, wo denn diese Fantreffen überhaupt stattfinden. Genau, wir fahren Samstag los und Samstag um 10 Uhr ist auch schon das erste Fantreffen in Bremen. Und zwar findet das im, ich muss es vorlesen, weil sonst kann ich das einfach nicht auswendig, Rotodendron Park. Richtig komisch, aber wenn ihr es bei Google Maps eingehen, findet ihr es direkt. Dort ist ein Eiskaffee in diesem Park. Der Park ist wunderschön. Und dann dachte ich mir, wir treffen uns einfach um 10 Uhr, essen, Eis, quatschen oder ihr könnt die Babys kuscheln. Alles mögliche. Ich nehme natürlich alle Babys mit. Ich nehme alle selbst rebornen Babys mit, die im Moment noch eine Mama suchen. Das heißt, wenn ihr ein Baby kaufen wollt, könnt ihr das Baby da angucken. Ihr könnt es auf den Arm nehmen und dann könnt ihr euch dann entscheiden, ob ihr ein Baby kaufen wollt. Das heißt, die nehme ich nämlich auch mit. Und genau, dann haben wir einen schönen Tag. Ich dachte so, an 3-4 Stunden, das würde locker reichen. Wenn einige früher gehen müssen, dann gehen wir auch früher. Ich dachte einfach, wir machen das so, ja, so ein offenes Ende sozusagen. Nur, ich habe halt danach noch einiges zu tun, denn danach kaufen wir uns einen neuen Kinderwagen. Und danach findet das nächste Treffen in Essen statt. Nämlich in Essen, am Essener Dom. Da vorne auf dem Parkplatz einfach. Das heißt, wenn ihr das auch bei Google Maps einfach eingebt, könnt ihr da auch einfach gucken. Und da findet ihr das auch direkt. Und das sind ungefähr 16.30 bis 17 Uhr. Ich weiß nicht, wie schnell ich aus dem Babyfachgeschäft komme, damit ich meinen neuen Kinderwagen eben kaufe. Genau, und deswegen findet das Ganze um 16.30 bis 17 Uhr statt. Dann das letzte Treffen ist am Sonntag in Köln. Direkt am Kölner Dom um 11 Uhr. Das geht in auch so ungefähr 2 bis 3 oder 4 Stunden. Und danach müssen wir auch direkt wieder nach Hause, weil wir fahren 5 Stunden wieder heim. Genau, das waren erstmal so die Daten zu den Fantreffen, die wir jetzt vorhaben. Ich nehme natürlich Autogrammkarten mit. Wie gesagt, meine Babys. Die selbstgemachten Babys, die ihr kaufen könnt, nehme ich auch mit. Und dann hoffe ich, ihr kommt zahlreich. Und das scheint zahlreich. Wenn ihr kommt, dann bitte jetzt in die Kommentare oder per Instagram oder per E-Mail einmal Bescheid sagen, damit ich ungefähr mit einer kleinen Zahl rechnen kann. Und dann freue ich mich ganz doll. Ich hoffe, es ist euch nicht zu spontan und einige kommen und schaffen das auch. Genau, dann würde ich aber sagen, bis zum nächsten Mal und bis dann. Tschüss!